GetSolar Solarthermische Anlagen erfreuen sich enormer Beliebtheit und sind als regenerative Energiequellen für Gebäude mit vergleichsweise geringem Platzbedarf realisierbar. Vor allem in Kombination mit anderen wassergeführten Energiequellen werden diese gern kombiniert. Die Software GetSolar von Hodgenroth ermöglicht Ihnen eine schnelle energetische Prüfung von solarthermischen Anlagen, eine detaillierte Auslegung und eine Verbindung an Energieausweise und Konzepte ganzer Gebäude, z.B. in Verbindung mit dem Energieberater. Einfache Prüfverfahren nach ENEF bzw. GEG für z.B. BAFA- oder KfW-Anträge sind durchführbar, genauso wie weltweite physikalische Simulationen im Detail. Umfangreiche Katalogdaten und die freie Editierung dieser ermöglichen eine flexible Einsatzmöglichkeit der Software. Dynamische Speichermodelle, Solaroptimierung für Trinkwasser und Heizungsanlagen sowie detaillierte Volumenstromberechnung sind nur einige Funktionen der Software. Seit 2020 wurde mit dem neuen Förderrichtlinien in Deutschland der sogenannte BAFA-Check eingeführt. Dieser ermöglicht die Prüfung und den Nachweis für z.B. Solarhypnotsysteme. GetSolar ist das passende Programm für alle, die schnelle energetische Nachweise benötigen oder solarthermische Anlagen im Detail berechnen wollen. Überzeugen Sie sich selbst und laden Sie sich gerne unsere frei verfügbare Demo-Version herunter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 titelung des ZDF für funk, 2017